Die liebe Michi hat eine Mystery Box im Wert von 100 Euro für mich zusammengestellt und was da drin ist, das werden wir uns jetzt ansehen. Heyo, was geht ab meine Zuschauer und willkommen zu einem neuen TCG Opening auf. Für diesen Kanal, wir switchen mal noch nicht die Perspektive, denn diese Mystery Box ist viel zu groß, als dass ich sie adäquat unten in die Cardcam reinkriegen würde. Kleiner Disclaimer vorher, bevor ich sie aufmache. Da sind auch noch zwei, drei Sachen drin, die nicht zur Mystery Box gehören, aber das werden wir gleich dann im Detail feststellen. Der Karton ist auf. Wir haben hier als erstes Füllmaterial. Dann haben wir weiteres Füllmaterial. Jetzt wird es spannend, Leute. Hier ist ein kleinerer Karton drin. Den versuche ich mal da irgendwie raus zu operieren. Ein paar verzweifelte Versuche. Später haben wir hier die tatsächliche echte Mystery Box. Die packe ich mal hier unten schon mal hin. Aber wir gucken uns erstmal an, was noch da drin ist. Dafür switchen wir die Perspektive. Hier haben wir erstmal Tobis Bestellung. Was könnte denn das sein? Ich weiß, was es ist, aber ich mache das trotzdem nochmal auf. Wir haben hier... Wir haben hier ein 18er Display von Silberne Sturmwille. Und das Besondere daran ist... Also für euch war der Livestream ja schon. Schaut ihn euch gerne an. Ich werde ihn euch oben auf dem i verlinken. Aber mit diesem 18er Display, das ich von der guten Michi noch bekommen habe, erhöhen wir auf über 120 Booster. Dann haben wir hier noch ein paar Einzelkarten, die ich bei der guten Michi erworben habe. Die werde ich euch jetzt... Klar, ist Bailey sofort im Karton drin. Also ignoriert die Kratzgeräusche im Hintergrund. Hier haben wir noch ein paar Einzelkarten. Unter anderem für meine Gym Heroes Gym Challenge Sammlung. Einfach ein Dragoran, was ich wirklich sehr, sehr schön fand. Und ein süßes Dratini aus Neo Destiny. Die packe ich mal hier rüber. Jetzt wollen wir uns mal um die tatsächliche Mystery Box kümmern. Wir gucken einfach mal, was da drin ist. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass Michi gute Mystery Boxen macht. Wir haben schon einige davon gehabt. Und es wird auch ganz bestimmt nicht die letzte sein. So, das ist mal klar. So. Füllmaterial. Das kann man immer gebrauchen. Also Bailey kann es immer gebrauchen. versehringer... Eieieiei. Eieieieieiei. estabelinen. Dass das hier... Werden... Okay, dann haben wir hier da noch einen weißen Umschlag, da sind wahrscheinlich Booster drin, ich mach mal, uuuh, Preispack Serie 3, geil, und nochmal drei Einzelbooster, silberne Sturm finde, die mache ich jetzt auf jeden Fall im Video auf, wäre es nicht lustig, wenn ich zwei Tage vor meinem Master-Set Start dann das Lugia Altarzt hier? Kann ich das zum guten Preis verkaufen? Nein, kann ich nicht, ich brauch's ja fürs Master-Set, ich müsste es dann on-stream nochmal ziehen und dann kann ich's dir anbieten. Und wir haben hier eine Riesenzahn-EX-Tinbox von Paldeas Schicksale, ich würde sagen, mit der fangen wir an, weil Paldeas Schicksale, damit kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ich kann zwar nie, oder ich konnte zwar noch nie so richtig die krassesten One-Karten aus dem Set ziehen, aber eine meiner krassen One-Karten befindet sich jetzt, wenn ihr dieses Video seht, bei PSA. Und, ähm, mal gucken, die ist Contender für eine 10. So, wir haben Riesenzahn-EX in der Fullart-Version, sehr cool, lege ich hier erstmal an die Seite, Preis habt ihr höchstwahrscheinlich eingeblendet gesehen. Und wir haben natürlich die obligatorischen vier Booster mit zweimal Heraschei. Okay, wir gehen als erstes rein ins Granforgita-Booster. Und, äh, wer weiß, äh, die letzten Male haben Michis Mystery-Boxen immer einen krassen Hit gehabt. Mal gucken, ob heute auch wieder einer dabei ist. Mop-Tiff, Trassler, Magma, Hefe, Nespal, Voltrian mit ein bisschen Dreck auf der Karte, okay. Nimilas Rucksack, Verkuli, Forschung des Professors und Paldeas Schüler in Fullart. Das ist so der obligatorische Fullart-Hit. Kann man immer mal mitnehmen, nehme ich gerne mal mit. So, als nächstes haben wir Heraschei, das Artwork. Allein, dass ich jetzt ein ganzes 18er in einem Video aufmachen kann, das ist schon krank. So, next. Uh, Pikachu, Sonderbonbon, Frostbino, Tanzer, elektrischer Generator, Gengar, Backel, Paldeas Schüler, Pikachu in Reverse und ein Monetigo in Holo. So, das ist jetzt nicht das krasseste Booster gewesen, aber Leute, da wird noch was kommen. Da wird definitiv noch was kommen. Wir haben als nächstes das Artwork mit Pikachu. Und wir wollen mal gucken. Also eine Shiny-Karte aus dieser Tin zu ziehen, wäre sehr geil. Magma, Hefel, Alpollo, Pantimimi, Glutexo, elektrischer Generator, Kamerupt, Fragrunz, Mimigma und noch ein Richter in Fullart. Hey, die zweite Fullart-Karte aus dieser Tin-Box. Finde ich nice, kann man echt gut mitnehmen. Danke auf jeden Fall schon mal für die Hits, Michi. Pantimimi, Paldeas Schicksale. Obwohl, du darfst dich ja auch darüber freuen, weil es gehen ja wahrscheinlich wieder einige davon an dich. Es könnte passieren. Es könnte passieren, ja. Wir haben FM, Palimpalim, Nebulak, Paldeas Schüler, Enigmara, Famips, Shugim, Ka-Octo und Pikachu. Schon wieder in Reverse. Und noch ein Fostelka-Ex. Aber, das ist tatsächlich ein Novum für mich. Ich habe eine von diesen Tin-Boxen mal aufgemacht, ohne eine einzige Shiny-Karte zu ziehen. Ich glaube, das hatte ich so noch nicht. Wir wollen mal als nächstes das Preispack Serie 3 öffnen. Sechs zusätzliche Spielkarten. Und mit denen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall auf die Preise achten, die ich euch einblende. Die werde ich nämlich erst im Nachgang erfahren. Ich habe auch gar keine Ahnung, was hier wertvoller ist und was nicht. Oh, okay. Wir haben ein Killier. Einen Gym. Also, wie gesagt, ich mache extra langsam, weil es könnte auch wirklich sein, dass sogar die schon was wert sind. Ressladero. Okay. Uh, einen Pepper als Holo-Karte mit Swirl sogar. Sehr nice. Dahinter Forschung des Professors. Sehr cool. Und dahinter haben wir eine Unlicht-Energie. Ja, die beiden Holo-Karten, die werde ich auf jeden Fall zur Seite packen. Was den Rest betrifft, weiß ich jetzt nicht, ob die so viel wert sind. Aber die beiden Holo-Karten könnten irgendwie in Euro gehen. So. Jetzt haben wir drei Einzelbooster. Silberne Sturmwinde. Wir gucken einfach mal, ob wir da schon irgendwas abhaken können fürs Master-Set. Ähm, ja, hier muss ich ja Kartentrick machen. Darf ich nicht vergessen. Das erste Booster hatte leider White Coat. Und wir haben Unlicht-Energie, Flapterix, Serena, Fandra, Blutzug, Pandia, Pikachu, FM, Togedemaru, Tentantel und ein Hisui-Dress. Silberne Sturmwinde Teil 2. Jetzt ist mein Kater auch wieder glücklich. Der hat einen Karton und Füllmaterial zum Spielen. Ne, Schatzi? Eins, zwei, drei, vier. Okay, und wir gehen rein in Booster Nr. 2. Blitzenergie. Vulnona. Lepomentas. Hypno. Lampi. Mediti. Aragua. Poneta. Trasla. Psyogon. Alola Vulpix wie in Fullart. Geil! Der erste nicere Hit aus dem Master-Set, was ich sammeln werde, ist damit schon eingesackt. Sehr geil. Und mit Abstand die schönste Fullart aus dem ganzen Set. Holy Moly. Das kann sich sehen lassen. Das heißt, wenn ich sie im Stream ziehe, ja, müssen wir mal gucken. So, Last Pack Magic für Silberne Sturmwinde. Le Trick Descartes. Dann kommt die Minitin und zum Schluss das Achtzehner. So, Kampfenergie. Siegfried ohne Roy. Klick Klack. Rockhaiman. Trasla. Dattiri. Drattini. Klick. Flunschlik. Vylord. Und ein Amaldo Non-Holographic. Okay, aber mit der Fullart definitiv schon ein nicer Hit mit am Start. So, jetzt machen wir als nächstes die Minitin auf. By the way, schaut auch gerne auf ihrem Kanal vorbei, denn die ist sehr aktiv im Moment. Link findet ihr in der Infobox. Lasst dir mal ein Abo da. So, wir gucken mal, welche Booster in dieser Minitin drin sind. Ich weiß es nämlich gar nicht. Wir haben Paradox Rift und Obsidian Flammen. Ich würde mal sagen, wir machen das weniger coole Booster zuerst auf. Das wäre Obsidian Flammen. Warum weniger cool? Weil ich das Master Set schon habe. Und auch wenn es nicht besonders viel wert ist aktuell. Naja, mal gucken. Givaya. Kamaub. Gruff. Zabladin. Schatzi. Schlägt Dreh. Kangama. Velsa. Voluminas. Darkrai. Sehr cool. Und ein Riff Facts. Ich musste gerade an mein verlorener Ursprung Master Set denken. Und da fehlt mir halt noch eine Darkrai Reverse Holo Karte. Und jetzt gerade eine aus Obsidian Flammen zu ziehen. Deswegen musste ich kurz grinsen. Halt, das schießt leider die falsche. Die bringt mir dann in dem Sinne nichts. So, wir haben Paradox Rift. Makabaya, Pandir, Fogita, Zwiebs, Meteno, Lokroko, Tulia, Maritalit. Und Kera da als Adriel. Sehr nice. Schöne Karte. Und dahinter ein Cedra King in Holo. Bienvenue. Le 18er Display. Und da wollen wir jetzt mal... Wollen wir jetzt einfach mal reingehen. Wir machen jetzt allen Ernstes nochmal 18 Booster Gewalten der Zeit auf. So, First Pack Magic. Gehen einfach mal rein. Das sieht aus hier. Es ist unglaublich. So, First Pack Magic. Bronzel, Magnaien, Mythodos, Alpollo, Roserade, Keldio, Eisenhals, Monte Carbo, Stahloboa. Okay, und wir legen gleich los mit einem Cedra EX. Sehr nice. Ist ein netter kleiner Hit. Nimmt man gerne mit. Das reimt sich. Ihr müsstet mal Bailey sehen, wie er da gerade völlig glücklich auf dem Rücken zwischen dem ganzen Kartonzeug liegt. Das ist echt der Hammer. Ich würde euch das ja zeigen, aber da müsste ich jetzt mein halbes Setup abbauen und das muss nicht sein. So, Relog, Ponita, Plaudergei, Vaumball, Eisenhals, Wolverog, Salvatore, Nebulak, Carnivanha und ein Eisenkrieger in Holo. Ja, so ein 18er Display, da sagt man immer so um die 6 Hips. Manchmal sind es auch 7, manchmal sind es auch 5. Denn Altart oder Secret Rare ist nicht garantiert. Also das heißt, sollten wir eine ziehen, ist es absolut Premium. Wir haben Pikachu, Pygraulon, Nebulak, Thermopod, Moruda Bruder, Elevoltec, Chillabel, Bronzong, Skarabax und Koraidon. Next Pick Magic, wir haben Windewogel, eine Karte, die sich für euch, wenn ihr dieses Video seht, auch jetzt gerade bei PSA befindet. Und es wäre schon geil, eine 9 oder eine 10 zu bekommen. Wir werden es im Endeffekt ja sehen. Carnivanha, Retan, Chillast, Pfiffchen, Definator, Brüllschweif, schweres Staffelholz, Relog, Windewoge IX in Gold. Nice! Oh mein Gott, ist die cool! Wir haben lange keine Gold-Pokémon-Karte mehr gezogen. Wirklich sehr lange. Wir haben einen Secret Rare-Hit rausgekriegt. Und dahinter haben wir noch einen Dummi-Miesel. Die wird gegradet. Ob von Platin Grading oder ob ich sie irgendwann mit zur PSA schicke, keine Ahnung. Aber die wird auf jeden Fall gegradet. So! Okay, und wir haben das nächste Booster. Meryl, Goldwart, Dummi-Miesel, Snom, Zubiris, Riesenzahn, Tengulist, Fosteka, Motineva und ein Eisendorn in Holo. Es waren zwar bisher nur zwei Hits, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich das 18er-Display schon gelohnt hat. Ähm, kann man einfach nicht anders sagen. Und nicht wundern, wenn ich so ein ganz klein bisschen rushe. Das Video muss jetzt nicht unbedingt 40 Minuten gehen. Als nächstes haben wir Schlickda, Meltan, Samurzel, Kanimani, Eisenkrieger, Sandfell, Zytomega. Wenn wir davon die Art Rare ziehen. Alter, die behalte ich auch. Schlickda, Rosarade und ein Donnersichel. Sollen wir mal No-Reaction-Pack machen, Michi? Ja? Ja. Gut, machen wir. Wir machen auch auf jeden Fall gleich nochmal einen. Ihr seht es zuerst, Pack, aber eins zur Zeit. So. No-Reaction-Pack. Pampuli, Picochilla, Flamiau, Wuffels, Jens Überzeugung, Bels Hingabe, Zytomega, Eisenkrieger, Flunkkiefer, Flunkkiefer, Reverse und Impagator in Hohluft. Gut. Okay. Da jetzt nicht zu reagieren, das war nie so schwer. Aber ja. Wir gehen weiter rein. Next-Pack-Magic. Okay. Und Sesokids. Dusselgur, Tanzer, Flunkkiefer, Nebelschleier-Energie, Kronio-Wild, Cypher-Maniacs, Dekodierung, Sesokids, Reverse, Keldio und Phobienblitz EX. Nice. Sehr, sehr schön. Ich bin nach wie vor kein Freund dieser Raikou-Version. Aber die ist definitiv auch nice to have, weil sie ganz gut spielbar ist. Ist vielleicht sogar noch 1-2 Euro wert. Ihr werdet es eingeblendet gesehen haben. Jetzt wird es aber warm hier drin, langsam. Next-Pack. Wir haben auch keine Ace-Packs gezogen. Knilz, Schlurp, Schneckmark, Monozyto, Führung des Entdeckers, Latias, Grüße an Sophie an dieser Stelle, Energiekapsel, Toheido, Horeba und Mekargo. So, wir haben als nächstes hier wieder das Phurienblitz-Artwork. Ich habe bisher auch überhaupt nicht auf die Artworks geachtet. Aber ja. Okay. Wir gehen rein. Medi-Team. Oh, wir haben eine Ace-Packs. Tortonator. Heldenumhang, 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 Heldenumhang. Bitte. Hut, Hut. Tarnhill. Energiekapsel aus der Vergangenheit. Megalon. Galoppa. Jawohl! Wir haben den Heldenumhang gezogen. Ah, das ist vielleicht, ja, auf jeden Fall der zweitbeste Hit aus diesem 18er Display. Irgendwann werde ich auch nochmal detaillierter auf dieses Deck eingehen. Beziehungsweise vielleicht auch mal wieder mit TCG Live live gehen. Das hört sich dämlich an, das so zu sagen. Aber, äh, ja. Dann werdet ihr auch mehr darüber erfahren. Aber ich spiele halt nur so ab und zu mal nebenbei. Ein bisschen, wenn ich mal Zeit habe. Sichlor, Eneko, Elektek, Weherber, Eisenrad, Dickefreunde-Knurps, Volverock, Pygraulon, Chilabell und Gengar EX in Full Art. Nice. Oh, das ist eine starke Karte. Leider relativ off-center. Da hast du dir mal wieder ein gutes 18er Display für mich ausgesucht, Michi. Ja. Hoffentlich ist das von Silberner Sturmwinder auch so gut. Da können wir ja mal gucken, ob Michis 18er Display für den Stream auch so krass abliefert, wie das hier gerade von Gewalt in der Zeit. Furnifras, Cloncat, Azumere, Lord Voldy, Belectro, Pampros, Führung des Entdeckers, Zubiris, Haartrimmer und Mirai Donnenholo. Ich werde auf jeden Fall am Ende des Videos noch ein Recap machen. Aber dieses 18er Display hat reingeschallert. Eine Goldkarte, die nicht selbstverständlich ist. Dann eine richtig nice Full Art, die wahrscheinlich auch ein paar Euro wert ist. Und noch den Heldenumhang, den ich brauche. So, wir machen ein Ihr seht es zuerst, Pack. So. Ich hoffe, ihr konntet was sehen, falls es was zu sehen gab. Girafarig, Wommel, Roselia, Rotomorf, Enecoro, Energiekapsel der Zukunft, Eisenhand, Metodos, Sesokids als Adria. Ja, nice. Da haben wir neulich schon die Kroniowildkarte gezogen. Jetzt noch das Sesokids dazu. Und ein Korallonen-Holo. Wir haben eine normale EX-Karte gezogen. Alles andere war besser. Und ich gehe am Ende sogar mit zwei, vielleicht auch drei Karten für die Sammlung raus. Weil so Windewurge Gold werde ich auf jeden Fall behalten. Und den Heldenumhang werde ich auf jeden Fall behalten. Vielleicht noch das Gengar. Mal gucken. Mabula, Meditalis, Navitaub, Pantimos, Monte Cabo, gefährlicher Dschungel, Fasersnob, Impergator, Eisenhals und noch ein Shenlong in Holo. Das ist ja, das wird ja 8000 Grad da unter. Bei den Temperaturen hier im Studio noch ne Mütze anzuhaben, das ist nicht unbedingt die allerklügste Entscheidung. Aber es kommt auch wieder Winter, wo ich hier mit Jogginghose, Pullover und Mütze sitze und es trotzdem recht kühl ist. Relook, Ponita, Plauderguy, Waumball, schweres Staffelholz, Nebelschleierenergie, Sandfell, Bundleby, Sandfell und Keilflamme EX. Jetzt haben wir das Trio komplett. Wir haben Windewoge, Keilflamme und Furienblitz in diesem Opening gezogen. So, wir haben die letzten drei Booster. Wir wollen es nochmal wissen. Wir machen nochmal ein, ihr seht es zuerst, das hat ja eben auch so gut geklappt. Und zack, zack, zack. Mal gucken. Also es ist definitiv ein überdurchschnittliches 18er Display für mich. Raichu, Victini, Bronzel, Pampuli, Rioba, Infernopod, Dicke Freunde Knurps, Energiekapsel aus der Zukunft, Energiekapsel aus der Vergangenheit passt ja dazu und Miradon. Wir haben coole Hits gezogen, ich bin mega zufrieden. Im Prinzip muss jetzt absolut nichts mehr kommen. Full Art, Acebacks, zwei EX und eine Goldkarte aus dem 18er Display. Und ja, eine Art Rear auch noch, das ist absolut ausreichend. Wir haben Carnivana, Rettern, Chillast, Schlickter, Megalon, Galoppa, Belectro, Voldi, Seraora. Und ein paar Rigiraf EX in der Terra-Version nochmal on top obendrauf. Ja, moin. Es reicht, liebes 18er Display. Ich habe zwar noch Last Pack Magic jetzt hier, aber da muss absolut nichts mehr drin sein. Recap machen wir gleich noch. So. Nebulak, Meryl, Golbit, Domiesel, Eisenrad, Verpackte Bestellung, Bundlebee, Metagross, Dicke Freunde Knurps und ein Elfwun. Ja, Farigiraf, Keilflamme, Sesokids, Gengar, Heldenumhang, Furienblitz, Windewoge Gold. Mein absoluter Favorit. Chei Terra, Kirada Art Rear, Alola Vulpix V, die beiden Holos aus den Preispacks, Fostelka EX und zwei Full Arts aus Paldeas Schicksale. Das kann sich absolut sehen lassen. Und ich bin super zufrieden. Ein riesen, riesengroßes Dankeschön an Michi. Gerne. Und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content, schaut auch gerne bei Michi vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.